Juhu an alle und willkommen zu einer Duell, Pokémon Schwartz 2. Und zwar haben wir gerade den Ordner erhalten und somit geht's los, würde ich sagen. Oh, zwei, drei, kaum mehr bestattet. Kain erhält den Pferdorten. Wow, sieht sich einer an. Mit so vielen Orten gehorchen alle Pokémon der B70. Herzlichen Dank der RTM zur Arena. Okazuka. Okay, ja, muss das nicht sein. Was meinst du, das Reifröse gerade an? Ich habe nämlich versprochen, dass sie mir eine Flusser benutzen darf. Ja, I don't give a fuck, Willi. Na gut, Zeit mit dem Flugzeug, die Schlüfte zu düsen. Wollte ich mir das Eiche sagen? Hallo, wollen wir uns hoffen, nach wo Schorschung auf der Anstreitung der Berge ist begeben, Kett verlaufen. Hast du gar nichts richtig gehört? Du steigst mit uns in das Flugzeug. Gebt dir jemanden Takosiki, den ich dir gerne feststellen würde. Leidest du das halt nicht wirklich, den Wandelberg zu Fuß überqueren? Deshalb müssen wir bei der Flugzeugestelle nach Montezay reisen. Bis wieder da mal. Wir treffen uns beim Pferd-irgendwas. Halt, warten Sie, Professor. Nehmt ihr wirklich kein bisschen Rücksicht auf andere? Du, okay, du kommst auch mit. What? Ich gehe erstmal meine Pokémon heilen, denn das Team ist leichter stark, glaube ich. Habe ich so in Erinnerung, jedenfalls. Hat er irgendwas gemacht, was Böses war, ja. Ich meine, es ist bei mir jetzt gerade so 10, 20 Minuten her, der Kampf. Aber ich habe es trotzdem wieder vergessen. Heil mich! Ja. Bam, 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 bam. Komm, 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 komm. Jetzt möchte ich noch kurz was machen, und zwar möchte ich... Sorak... Mit einer Toja zauufen. So, du wolltest mir jetzt nichts Koffes verkaufen. Ähm. Nein, und was kann man dir bei dir kaufen? Kaufen? Was hast du für TMs? Nahkampf, Hyperzahn, Frostbeule, Stachler. Nahkampf. Äh, Frostbeule. Ja, muss das nicht sein. Nahkampf ist cool, aber... Not now. So, dann auf... Mit dem Flugzeug wegfliegen und so, ne? Hi, auf geht's. Hallo, tut mir leid, dass du warten musstest. Lass uns gerade an der Stelle darum bitten, den Flugzeug starker zu machen. Sie wissen, wie... Offensichtlich abgeschlossen möchtest du werden, möchte ich... Wunderbar, offensichtlich abflug. Bitte bringen uns nach meinem Zuseo. Schnauf, schnauf, puha! Einen Augenblick bitte, schnauf. Ich fliege mit, schnauf, schnauf. Ich möchte mich zum Jaungsberg erkunden. Hör auf, du sprichst zu der wahre Forschung. Na schön, wir fliegen alle zusammen. Auf geht's nochmal, seh. Wenn alles klar ist, dann kann alles losgehen. Wow, trink mal was. Ja, aber es ist ungefähr die Hälfte des Spiels geschafft, denke ich mal. Und ja, wir haben bereits fünf Orden. Und wir haben erst die Hälfte des Spiels geschafft. Darf ich gehen? Nein. Ich sollte dir eher verraten, warum ich hierher gebracht habe. Schnauf hat mich geberichtet, dass eine Gruppe namens Team Blasper vor Ort Hilfe des legendären Pokémon die Herrschaft über eine Region zu übernehmen. Mal wieder. Du weißt ja, es gibt nur eine und zwei legendären Pokémon. Ziracom und Dreschiram. Vor zwei haben Ziracom und Richte jemals einen Trainer als Helden erkannt und folgen ihm. Also kann es eigentlich nicht sein, dass Team Blasper die legendären Pokémon für ihren Zweck missbraucht. Nicht wahr, was haben sie bloß vor? Tja, aber es gibt noch viel, so viel, dass wir über die Zweckung richtig nicht wissen. Das Besten wäre sich Lehrer im Zweck ausverklären zu lassen. Lieser ist nie sonst. Wen aller Pokémon hat zum Typ Drachen besitzen. Ich glaube, wir nicht kommen. Wir sollten in die engste Sache gehen. Möchten Sie ja zu Gäste, dann gehen wir nach Ziracom und fragen. Äh, ja, komm. Aber danke aller Besten, wäre ja nicht das Empfass mal zu lassen. Das ist normal nichts. Sich anzuhören als Leser, der die Brachen-Pokémon zu sagen hat, ist immer spannend. Also kann es so auf der Seite des Pokémons füllen. Ich gehe mal zum Vulkan. Hier nennen wir hier. Mal sitzen, was Gerücht, aber seltenes Feuer-Pokémon ist, dass ja ein... Ja, und das Black-Auftritt, bla. Tam, tam, nam. Hi. Ich will mich nicht irgendwie zurückgeschmissen werden, weil ich K.O.G. Mal, verkaufen die hier vielleicht cooleren Stuff. So wie X-Items. Gib mir X, äh, X-Spezial und X-Init will ich haben. So viele Prüfe. Ich hoffe, ich kann das in der Pokémon-Liga kaufen, ansonsten google ich das. Bam, 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 bam. Erst darf ich den... Nein! Scheiß Fahrrad, ich bin das nicht mehr. Schreibtisch, ne Gang, ein Vollgas, bla. Verdammt, ich wollte es... Ich laufe jetzt hier durch, fuck off. Bug Catcher. Und hier ist das Mio 2 in diesen... Challenge! Und hier ist es! Es ist endlich da! Ich hab den ganzen Zeit auf das Mio 2 gewartet! Hier ist es endlich! Das Mio 2! Das Mio 2, auf das wir gewartet haben. Wasser, okay. Ja, dann Scheinwerfer. Ich habe darauf gewartet auf das Mio 2, dass es möge es doch irgendjemand mal einsetzen. Das Mio 2 ist echt... Ich bin immer noch ein Master-Pokémon. Wow, ich habe echt... Ich habe die ganze Zeit... Letzt eine... X-Part, da habe ich ab und zu immer so... Scherze gemacht. Und immer so... Oh, mein Gott! Das Mio 2! Und hier ist es. Das Mio 2 ist da! Mio 2 ist real! Wow! Ah, wie geil! Mio 2 ist real! Yay! Feuerwirbel... Nein, Feuerwirbel ist nicht Fettattacke. Flammenwurf gerne, aber Feuerwirbel nicht. Yay! Ja, mir auch egal. Mio 2 ist real! So, äh... Ja, super, Trang, komm. So, es reicht. Und damit sind die auch alle sehr schön. Wow! Habe ich Schutz eigentlich an? Ich glaube nicht. Okay, jetzt müssen wir gleich mal ändern. Ah, cool! Ich weiß, du hast noch ein KP, aber ich werde die Schraubst nicht besiegen. Es könnte Wunderwache haben. Ich will aber auch jetzt nicht... Nein! Spiel bitte, mach was ich will! Äh... Super Schutz hier. Wir müssen mal einen neuen kaufen, glaube ich. Na was, nächstes Schert kommen wir bald. Dann mal ein Item. Ich will ignorieren das. So. Hey, Cain! Weißt du was? Ich will mir das Volkan in den anderen Berg genauer sehen, aber wilde Pokémon sind so stark. Ich bereite eine Menge Schwierigkeiten, deswegen möchte ich bitte, mir zu helfen. Keine Sorge, die Heilung und Pokémon kümmer ich mich. Lass uns gehen. Das heißt, wir haben quasi Unlimit AP. Weil die uns nach jedem verdammten Scheißkampf heilen wird. Auf geht's. Dann, 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 dann. Ich kriege die geballte Kraft, das Berg ist zu spüren. Oh mein Gott! Und ich bin auch so super awesome. Auf geht's. Ich bin mal gespannt, was Spell für ein Pokémon hat. Das haben wir jetzt noch nie gesehen. Bam, 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 bam. Schwimmer, Jim und Manager Joe. Genauso sieht er aus. Was ist denn der Kampf? Ja, kann ich mit leben. Okay, das eine könnte Elektro-Pokémon sein. Hallo Schwimmer, Schwimmerin, Pi. Ah, fuck. Das ist ruhig ein anderes Pokémon, als er hat Barmi haben sollen. So, das ist, Proton ist eine potenzielle Bedrohung dafür. Theoretisch, also es war mal ein Elektro-Pokémon, sagen wir es mal so. Donner Blitz in coming, deswegen alles machen. Ja, okay. Tschüss. Das war schön mit. Ah, nee, das hat er überlebt sogar. Okay. Also stimmt, das ist ja kein Käfer-Pokémon. Wow, ist nicht so effektiv. Bis er hat Barmi. Okay, du kannst noch was, aber ich glaube, ein Angriff gibt nicht her, dass du Schaden machst. Okay, ich nehme alles zurück. Es ist ein... KI! Danke! Yay! 35 ist levelend ordentlich, das fällt mir. Ja, okay. Alle Auftrag, Uran. Alles klar, ne? Oh, bitte mach nochmal den Blizzard. Als er jetzt eingefroren ist. Sunstorm, please! Egal. Alter, das Blizzard, wie geil. Das reicht nicht mal. Das reicht nicht mal. Das reicht auch nicht, verdammt. Und Ninjas ist ein Gesteinstahl-Boden-Pokémon. Alles klar. Was geht dir denn? Rennt dir nicht weg, wollte ich mal sagen. Es ist eingefroren. Oh yeah. Au. Das tut weh. Ja, dafür dürfte ich das auf jeden Fall besiegen, weil deine Verteidigung getroppt ist. Zu Wacker-Geld. Oh, es levelt schneller als Antoia. Antitoia. Das ist mir auch egal. Ich ziehe jetzt zwei Pokémon, die wird krass hoch. Ah, die wir ran, wie süß. Ah, komm. Klettertanz. Das reicht euch eigentlich auch schon aus. Fußkick. Bam. Weil mir das viel schneller ist, als ich, Blue. Dam, 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 dam. Yay! Level 39! So, und jetzt müsste unsere Pokémon wieder geheilt sein. Dam, 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 dam. Oh, noch neun Minuten. Du. Ja, möchte ich. Dam, dam. Dam, dam, dam. Dam, 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 dam. Schon mal, Marshal. Nütze ich Wal-Boss. Okay. Klimaschutz. Ich hatte nicht vor, irgendwie weiter zu nutzen. Brandstände. Aua. Ich bin aber ein Feuer-Wasser-Pokémon. Ich glaube, die KI denkt, dass ich ein Pflanzen-Gift-Pokémon bin. Aber das ist definitiv nicht der Fall. Doch mal. Okay. Das ist natürlich super. Und ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer Schüss-Schweil-Boss. Yay! Dam, 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 dam. Bam, bam, bam. Schüss. Oh, das war so ein Grit. Das war so ein Grit. Immer noch nicht. Und das Ficklechen reichen noch nicht aus. Okay. Auf geht's. Du da. Ja, irgendwas halt, ne? Bam, bam. Bam, 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 bam. Schwimmerin. Der ganze Schwimmer hier. Oh, ein Mino. Dam, 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 da-da. Ach, das ist so super angenehm, wenn die Kokomonik immer wieder geheilt sind. Vor allem von den AP hier. Oh. Oh, ein füßiger Sweeper. Alles klar. Wo ist das, wenn ich jetzt ein Mino ein bisschen krassen physischen Angriff habe, aber okay. Ah. Das ist natürlich jetzt scheiße, ne? Ich hab mir, glaub, Aufwecker gekauft. Glaub ich. Aufwecker. Ich hab's mir genau deswegen gekauft. Außer er macht nochmal Todeskurs, der Scheißvieh. Dam, dam, dam. Nein. Kampf. Was ist heute? Oh, nein. Okay, Zora. Kriege lässt's bitte. Mit der Besuch hat gleich wieder geheilt. Ich muss nur besiegen. Shiny. Und ich bin von N bei der B. Oh, Gott. Ich hoffe, du hast keinen physischen Angriff. Seriously. Ja, los. Jede Wasser dem Ohr, ne? Weil kriegst du ja den Burn, ne? Todeskurs. Und das nächste Vorgang schläft. Nein, das weiß ich auch nicht. Ich wollte eigentlich sagen... Okay, los, Untoja. Regel das mal, bitte. Marco. Meteorio ist aber auch speziell, deswegen. Ich bin speziell, ziemlich gut. Füße ich eigentlich überhaupt nicht. Los, hier. Erdbeer, Erdkräfte. Und es trifft schon wieder mit Todeskurs. Alter. Das kann nicht sein. Er droppt der Trico, sag ich nur. Er hat einen speziellen Krieg. Das führt den Arsch inzwischen. Ist mir egal. Danke. Wow, ihr habt mir aufgewacht. Wow. Sieh, wisschen. Und es reicht nicht. Ich hab extra einen speziellen physischen Buden-Move. Auf und Toja drauf. Wer hat denn noch mal... Hier, du wolltest noch ein bisschen Levels abhaben, hab ich gehört. Mach mal Surfer. Und schon wieder ein Todeskurs. Alter, was ist denn das? Kann das vielmehr aufhören, diese Attacke zu spammen? Das wäre echt super. So, Sonne und Toja. Du bist dran. Ich hoffe, der Trico, das dürfte echt keinen Schaden mehr machen, weil der hat das schon quasi negativ. Ich bitte Angriff! Stärke. Warum trifft das denn immer? Die Genauigkeit ist nicht zu hoch. Oh, ein KP-Aufwecker. Tschüss. Sontoria hat was gekillt. Oh mein Gott. Im Pokémon-Level alle kfdich jetzt mit. Was ist denn ein Bergsturm für eine Attacke? Ich wusste gar nicht, dass es die gibt! Äh, Kraftreserve, was immer. Ich weiß keine Ahnung, was Kraftreserve ist, aber... Das kann ja nur schlecht sein. Ich meine, ich bin das Victoria sowieso nicht. Ach, du hast noch ein Pokémon. Hm. Hm. Reflektor. Das ist ungünstig. Ja. Ja, dann wach mal auf, ne? Wach mal bitte auf. Wach mal bitte auf. Mann, es sollte ein einfacher Kampf sein. Ich kann einen Todesschiss. Oh Gott, es ist ein Angriff. Bitte sei speziell. Wach auf. Wach auf. Wach auf. An die Toya. Bitte. Es gibt was, die Säulen, die du verschmeißen musst. Danke. Doch so viel Schaden. Immerhin kann es viel Kento-Diskuss. Einsam kommt schon mal auf. So. Dann sind wir mit Scheinwerfern, ne? Bäm. Auch so viel Schaden. Au, ich vergaß. Hat sich geboostet. Ähm. Ich muss mich gegen heilen. Äh, Hypertrank. Ja. Das. Techno-Blast muss einfach reichen. Es trifft neutral. Das reicht natürlich nicht. Okay. Dann will ich jetzt einen Trick benutzen. Ich offere mal wieder ein Pokémon. Like always. Ne, ich habe sogar noch ein Pokémon, das lebt. Das nicht schläft. Es ist okay. Ich schaffe den Gegner noch in drei Minuten. Nein. Wo habe ich hier? Keine Heilmittel. Vital Kraut. Oh Gott. Ich muss mir bald ein neues. Nein! Das war's Falsche! Oh man. Oh man. Oh man Das war ein Scheiß Ich glaube Energiekreis hat sie auch Oh man Ich bin schlecht Willkommen beim Wendermeister Jede Scheiß Pokémon könnte übelstes Monster sein Wenn wir hätten in diesem Part Mewtwo als Gegner So Ja Und jetzt sind alle Pokémon wieder geheilt Das ist doch so oder Danke Danke So So Und tschüss Äh Komm nach Orlando Ich würde mich gerne noch ein wenig umsehen Was wollen wir machen? Kommt kurz rennen? Ja Okay du hast recht Ich kann weiter versuchen Und jetzt will ich einfach halt von Irgendwas herausfinden Gute Reise Pass auf dich auf Tschüss Ne Rivalenkampf Es kommt nämlich noch ein Rivalenkampf Äh Aber ich gehe vorher im Einkaufszentrum einmal einkaufen Ich gehe jetzt noch einkaufen Und Machen Im nächsten Part dann einen Rivalenkampf Gib mir mal ein paar Beleber Ich habe meine gerade gewastet Und ein paar Hypertränke Der Verkauf ja garantiert auch Hyperheiler Und gib mir noch ein paar Superschutz Und das kann ich mir noch leisten Ein Aufwecker Und ein Gegengepf So Leute Im nächsten Part geht es hier weiter Da unten kommt der Rivalenkampf Ich hoffe euch hat es gefallen Und wir sehen uns beim nächsten Mal Ich lasse meine Korn noch unten laufen Bis dahin Tschau